So, es geht weiter mit Uncharted, in Thieves' End. Wir sind am Ende von der Höhle angelangt und sehen da vorne eine Galeone. Und die wird wahrscheinlich unser Ziel jetzt sein. Ich nehme an, das ist Averys Schiff. Werden es ja gleich sehen. Und anscheinend nicht nur Averys Schiff, sondern auch mehrere Schiffe. Die Schiffe der ganzen... Warte mich grad, sind das die Schiffe von den Gründen? Sicher wie alles auf dieser Insel. Das waren grad ganz bestimmt keine Kanonen. Oh, Mist. Ja, das ist sad. Ja, komm, wir müssen zu ihr. Ich muss irgendwie zum Strand. Das war's ja, das war's. Das war's ja, das war's. Oh, shit. Oh, shit. Das war's ja, das war's. Ich glaube, jetzt war's ja, das war's. Oh, super! Ich muss ihm näher ran. Oh shit Ich wünsch ich konnte irgendwie zurückschmeißen. Ah, das ist ganz schlecht. Von allen Seiten hier. Oh shit. 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 Die Jets! Boah, Dauerfeuer hier. Boah, Dauerfeuer, 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 Dauerfeuer. Boah, wie viel die teilweise aushalten. Boah, Dauerfeuer, Dauerfeuer. Boah, Dauerfeuer, Dauerfeuer. Es war so klar. Natürlich hier. Oh nein, es sind sogar zwei von denen. Boah, Alter, ist das schon wieder. Zwei von diesen Typen, also man kann es noch ein bisschen übertreiben. Ja, natürlich doch. Oh, so ein Wichser, Mann. Oh, okay. Oh. Okay. Oh. 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 weg hier es ist doch da war dieser blöde scheiß Scharfschütze da gewesen im Sprung natürlich richtig natürlich lebt er noch Gatling Typen Granatenwerfer Sniper Vergiss es Freundchen Oh nein da kommt er schon anmarschiert So her damit Friss deine eigene Waffe Das ist der Nachthörner Gatling So her damit es gab eine kurze unterbrechung und ich ahne schon wenn ich jetzt das spiel fortsätze mit einem gefecht ok ich dachte ich würde jetzt circa wenige minuten daraufhin sterben ok jetzt nicht auf den gedanken fixieren konzentriert versuchen das ganze welt zu spüren oh nein sniper aber holy shit wie viele sind denn das denn noch ja ja Das war's für heute. Das war's bestimmt nicht. Da kommt bestimmt noch mehr. So ein Typ. Das war sooo klar. Das ist der letzte Widerstand oder was? Das sind Tanks, diese Typen. Das war's für heute. Ich find's faszinierend, wie viele die von den Typen haben. Die ganze Armee hier angeheuert. Ah, naja, wann waren's jemals wenige bei Uncharted? Das waren schon immer recht viele. Ja. 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 Ah, Mist, er sitzt in der Falle. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir machen das nächste Mal weiter bei Uncharted 4 The Thieves End. Bis dann!